Mittwoch mit 2. Tee, ne? Nein Thornton, es wird geschrieben wie Bratkartoffel mit WSCH und OI. Doch, da hab ich dich gehört. Oh! Ich hab mich zu erschrocken gerade, ne? Jaaaa! Pfuh! Nein! Ich hab schon dreißig. Wir können nur noch Slender spielen, wenn es hier zu gruselig ist. Bleib doch auf deiner Plattform stehen, hast du Angst? Nee, ich hab keine Angst, nein. Warum stehst du denn nicht mehr in der Mitte? Weil es so besser aussieht. Stell dir vor, jetzt würde auch die Mitte als erstes wegfliegen. Und schließen. Prediction, oh Gott! Tom, ich schwöre bei unserem Bro-Liebe, Digger. Ich bin's nicht. Ich hab Sam nur aus Troien angeschossen, weil er sich gerade angeboten hat. Hör auf! Was? What happened? Reißt. Siehst du? Du sagst, hör auf und ich sterbe. Wo ist da ne Sniper hin? Ich hab keine Ahnung. Schon runtergefallen. WTF? Wie creepy war das denn? You're so beautiful. Ich muss nur warten, das Puffert gerade. Ja, typisches Problem. You're so beautiful no matter what they say. Words can't bring you down. Du hättest aber noch höher gehen können mit der Stimme. Nooo! You're from your broken man, what they say. Words can't bring you down. Das ist Wahnsinn. Oh, hallo! Oh, hallo! Da hast du noch Feuer, dass irgendeine ganze Luft ist. Alter Vater, ey. Wirst du voll zu mir? Hi! Ich hab mich voll schon übertreu. Und mein Stolz... Was gibt's da voll hin und her? ...weck schon auf den Müll. Müll, Müll, Müll! Nein, das heißt Müll, sondern Müll. Du Vollidiot, Alter. Im Schlager. Aber Sam, ohne Witz im Schlager bin ich unschlagbar. Ja, ist so. Im Schlager bist du unschlagbar. Ja. Ich bin mit Schlager groß geworden, ey. Er wird auch Schlager, Florian. Ja, ist so. Wie Schlager? Florian Goldeisen bin ich. Du bist Florian Entertainment, Alter. Ich bin überhaupt nicht da und er sammelt so'n Mist, ey. Unfassbar. Oh, shit! Sam, wenn ich dich sehe, du bist der Erste, der gefickt wird, ey. Oh, ich schwisse. Mama! Sam, wenn ich schwisse so. Ja, ja, Flo. Du böser Junge, du. Du Sappelkönig, ey. Du Sappelkönig. Sappel nicht, das geil. Ja. Ja. Au. That random. Was? Willst du mich fa- Arsch? Ja. Alter. Das ist gar nicht gut. Wenn's wahrscheinlich nicht die Luft nicht verschlossen ist. Uuuuh. Verdammt. Willst du dann ein Fass öffnen, oder was? Ungefähr. Ich glaub, ich brauch'n Hebelwerkzeug. Hebelwerkzeug. Oh Gott, ey. Oh Gott, wie soll man das denn? So. Ja, was machst du jetzt, Fetti? Wie kommst du an den Kuchen, Mann? Hahaha. So. Joko braucht ja auch Ewigkeiten. Nein. Dann ging ich diese Straße lang, und die Straße führte zu dir. Roter Lippenstift und Leder und Schuhe, stehten nun vor mir. Noch ein paar Schritte und dann war ich da, zu dem Puff, zu dem ich will. Dieser Fick wird ein teurer sein. Dieser Fick wird stehen. Okay. Das war unerwartet. Nicht mit vielem wirst du dir einig sein. Doch dieser Fick geht nur zu viert. Dieser Fick. Habe ich gerade selbst komponiert. Das war sehr schön. Ich weiß. Ein paar Lebenserfahrungen, ne? Du wolltest den Leuten eine Geschichte erzählen aus deinem Leben mit diesem Song. Auf jeden Fall. Ich hab so ne romantische Ader. Ich bin romantisch veranlagt und... Bist du aber nur zu viert romantisch, ne? Ja, genau. Aber auch nur zu viert. Und für Geld. Oh Gott. Oh Gott. Das fängt ja gut an. Das fängt ja gut an. Bleiben wir mal ehrlich. Ne, bleiben wir mal nicht.